guten morgen guten morgen hallöchen ich wollte mich noch mal ganz kurz zu wort melden und zwar haben wir beschlossen dass wir uns zwei tage auszeit nehmen von filmen von vlogen von instagram von sonstiges und der grund ist einfach ja ich komme sofort ja das wetter hier wirklich über und nochmals schlecht die letzten tage heute und gestern und wir wirklich kaum was gemacht haben auch hier drin haben wir jetzt gesagt machen wir jetzt nix wir machen mal zwei tage nix wir haben viel gespielt gestern und filme geguckt und einfach nur familienleben genossen für zwei tage deswegen wollte ich mich noch eben zu wort melden wenn wir immer 72 stunden pause gab zwischen den videos und jetzt sind wir akzeptiert die stunden runter und ein tag jetzt seht ihr das jetzt halt nur kurze info vorab nicht dass ich euch wundern das ist alles in ordnung bei uns uns geht allen gut ja wir haben uns einfach nur mal zwei tage auszeit gewöhnt einfach nur so ob es können ja war auch sehr schön gestern heute auch machen wir noch mal einen ruhigen heute das wetter auch eher durch wachsen und usselig und ab morgen 18 grad ja da freue ich mich schon wieder wird der zaun gebaut der elektriker kommt und da geht es wieder ordentlich weiter dann nehme ich euch wieder tatkräftig mit guckt mal raus das ist wirklich nicht schön so jetzt ist gerade mal trocken ähm aber sehr windig muss nur gleich mal kurz zur post fahren was erledigen gerade brötchen gebacken und frühstücken gleich schön zusammen wieder ein neues rezept mal ausprobiert mal gucken werde ich euch aber alles erzählen ja wie geht es die nächsten tage dann weiter wie gesagt der elektriker kommt wir wollen den zaun weitermachen das kleine holzhaus für die kinder wird neu wird weiter gebaut da hatten wir fundament schon gelegt und ja mal gucken es ist ja immer was zu tun bei uns der wohngang ist auch soweit fertig die duschwanne ist okay da zeige ich euch dann aber gestern noch mal eben rüber geflitzt und geguckt hat alles gut ja aber ansonsten gibt es nichts zu berichten wir haben wirklich gestern mal gar nichts gemacht das war ungewohnt aber wirklich schön das gar geguckt pinguine geguckt keine ahnung jetzt ist ja unglaublich haben wir ein bisschen bienen angemacht von früher der maulwurf von 1986 haben wir geguckt was haben wir noch geguckt ein bisschen der arbeit doch ein bisschen hier ein bisschen mein blog korrigiert einmal korrektur gelesen mit meinem papa aber das mache ich auch gerne da wo wir waren ich bin jetzt gerade schreibt dabei in der türkei was wir da gemacht haben schöner mittelmeer die zeit im winter ja da kommen viele schöne erinnerungen hoch eins der wirklich mal locht hat war staubi den lassen wir hier rennen und machen und tun ja ansonsten alles beim alten außer dass wir nichts gemacht haben wie gesagt uns geht es gut ab morgen wird der food diary wieder gemacht der wird der daily blog gemacht ja ich komme jetzt wieder ja papa kommt jetzt wird schon vermisst wer mit 10 uhr und wir gucken jetzt ein bisschen filme und haben wird gleich gespielt und ja ab morgen sind wir wieder da ganz normal wie gewohnt im alten trott dann haben wir ein paar pläne schon gemacht wo wir jetzt die nächsten tage hin nächste zeit hinreisen werden dann nehmen wir euch wieder mit und erzählen euch das aber für heute wie gesagt legt die kamera jetzt gleich wieder weg macht feierabend ihr lieben tschüss